Alter, manchmal, wenn ich... Ungelogen, wenn ich ein Typ wäre, ne? Ja. Und ich hätte da unten... Ich weiß nicht. Also, ich weiß wirklich nicht. Aber manchmal stelle ich mir dann so vor. Ich stelle mir das einfach so vor. Willst du filmen? Ja. Ich stelle es mir vor, wie sie filmt. So jai. Die hat ja gesagt, dass, wenn sie Mann ist, ihren Pipi-Mann da reinsteckt. Ach so. Du auch? Nein! Okay. Ich habe mir das noch nie vorgestellt. Nee, ich werde die Restaurantschaft in Berlin sehen. Aber kennst du diese eine... Kennst du das Bisasam, das Kuscheltier? Das Bisasam-Kuscheltier mit dem Loch oben? Ticke! Richtig scheiße.